... fortgeben. Samurai Pizza Cats! Oh ja! Wen rufst du an, wenn du eine Pepperoni-Pizza willst? Samurai Pizza Cats! Ganz genau, sie bekämpfen das Verbrechen. Und du weißt natürlich, dieser Speedy Goronzola ist der Anführer dagegen. Ein klasse Kämpfer und seine Pizza ist auch nicht schlecht. Und die kleine Polyester, die niemals Angst hat, zieht in den Kampf, wo die Bösen schon warten. Hier ist Guido Casanova, ein wilder, romantischer Raufbold. Dieser Kater kriegt oft einen Korb und oft einen auf die Metze. Hier kommen die Pizza Cats! Die sind so drauf, die können mehr vertragen, als die Törtels je vertragen könnten. Willst du Käse auf die Pizza? Willst du Käse auf die Pizza? Salami oder Fisch? Salami oder Fisch! Wenn du ihnen auf den Schwanz drickst, Oh nein, tu das nicht! Dann kriegst du eins Gewicht! Oh, und das kann wehtun! Samurai Pizza Cats! Sie kämpfen für Recht und Pizza! In der ganzen Stadt! Zwei, zwei, drei, vier, die Pizza Cats sind gleich bei dir! Big Zasta ist der Bösewicht, mieser als mies. Es ist ein Jammer, dass er in Little Tokyo lebt. Wir haben ein paar furchtbare Fledermäuse und bösartige Krabben. Und sobald uns jemand angreift, hör zu, dann kann die Show beginnen. Mach's dir bequem und leg die Füße hoch und lass dich unterhalten. Und wenn dir die Füße ausgeht, bestell dir einfach ne Pizza! Samurai Pizza Cats! Samurai Pizza Cats!